Moin, hallo und herzlich willkommen, Matze hier und Matze macht sich wieder mal richtig viel Arbeit, um euch das bestmöglichste Klangerlebnis zu bereiten. Also, es wurde ja zu Recht angemerkt, dass halt mein Audio stellenweise halt sehr leise ist, also das, was ich so erzähle. Und jetzt versuche ich halt, das zu trennen. Audio, also meine Mikrofonaufnahme vom Ingame-Sound, habe ich jetzt für mein Mikrofon eine separate Aufnahme laufen. Ich hoffe, das bringt was. Ist natürlich wieder mit einem Mehraufwand verbunden beim Videoschneiden. Ich muss die beiden Aufnahmen ja synchronisieren. Aber für euch tue ich halt alles, meine Schätzchen, damit es euch gut geht und ihr euch wohl fühlt. Naja, ich bin hier mal gespannt. Das Dumme ist halt, so wie ich es vorher hatte, wie soll ich es euch erklären? Ich habe den Ingame-Sound hier bei Tarkov sozusagen Sound auf 60%. Normal, wenn ich gespielt habe, habe ich den auf 90% gehabt oder so und habe dann aber gemerkt, ja, das ist zu laut. Gut, ich selbst, meine Stimme ist zu leise, der Ingame-Sound zu laut. So, damit ich aber nun doch noch was höre. Na, ich mache dich auf die Ärgerin. Na, ich mache dich! So, damit ich nicht, dass ich diesen Juden habe, sondern die Musik zum Laufen geben, So, damit ich die Also über 90% abm 8. So, wenn du sie das hier bin. So, wo ihr das S戒? Und jetzt noch mal wie eine Schraunte? So, ich sage, du gehst, du bist du dich hier in die Musik. So, damit ich aber nun doch noch was höre, muss ich es über das Mischpult halt lauter drehen. Dadurch wird aber auch das Mikrofon für mich selbst wieder lauter im Ohr. Ich höre mich ja selbst, das ist ja halt das Problem. Da ich mich selbst höre, auch reden über die Kopfhörer, das kann ich nicht abstellen, denke ich eigentlich, ja, ich rede schon laut. Ich höre mich ja selbst reden und so, aber das ist halt, das täuscht halt und deswegen sind die Aufnahmen halt immer ein bisschen leise geraten und das ist halt nicht gut. Ist der nun jetzt hier reingerannt schon irgendwo? Weil der muss ja hier ein Bad gewesen sein, der Idiot. Bis zum nächsten Mal. Da geht's! Wer hat, wer hat? Ich hab's mit dir, warum, ich verstehe. Ich hab's mit dir zugehört. Ich sehe niemanden. Da sitzt die Clowns Nase noch im Bad, oder was? Da waren die hier, die Arschgechser. Und ich laufe draußen durch die Bude. Da haben wir einen Rucksack, die ich noch draußen. Das ist doch wunderbar. So, zwei Stück bleiben. Da haben wir jetzt neun. Bleiben noch sechs Stück. Na dann, happy loot. Okay. So, jetzt. Okay. 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 da drüben saß einer am mg oben am construction construction building so nun muss ich natürlich allerdings aufpassen dass ich halt auch immer das audio mit startet in der aufnahme sonst habe ich hier vielleicht einen geilen raid aufgenommen aber ohne ein audio ohne eine audiodatei dahinter und das wäre ja auch kacke warum blute ich eigentlich noch das ist auch ich habe jetzt 93 millionen auf dem konto hatte mir schon den sagt auch den marktrum key fürs dorms gekauft für 26 millionen das geld wird einfach immer mehr was was mache ich irgendwann mal mit dem mit dem geld was ist die frau kommt so so sind jetzt eigentlich nur welche hinten gelandet an der garage ja und was noch ein nachteil ist halt über eine eine kleine mehr belastung für systemen weil ich ja jetzt zwei programme einmal das videoaufnahmeprogramm und zum anderen das audioaufnahmeprogramm also wenn man ein mikrofon laufen lassen muss dann bin ich zu blöd so 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 und so 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 Und wenn ich jetzt noch Ressourcen für andere Sachen aufbringen muss, dann wird es ja auch nicht besser. Oh, was war das? Ach, hört doch auf, es war wieder irgendwas Schallgedämpftes. Da weiß ich doch schon wieder, woher der Wind weht. Ich habe noch 20 Schuss. 20 Schussmagazine meine ich. Oh. 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 und die 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 Wann? Nein, Glück gehabt. Ich habe einen Schrauben, einen Schrauben und einen Schrauben. Na komm noch ein. Wieder zwei. Was habe ich gesagt? Uns fehlen noch sechs. Jetzt haben wir elf. Fehlen noch vier. Ja. Ui. Ui, 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 ui. Er hat keinen Rucksack da geturnt. Was ist da bei Schala da hinten? Was ist da bei Schala da hinten? Das gibt ein Camp. Gemetzel, wollte ich sagen. Diese Arschgeigen. Mann. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Oh, nein. Naja, aber vier PMCs haben mir. Schade, dass die da schon sind. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe gerade geguckt. Ohne die Tür ist offen. Ja. So, wunderbar. Naja, nicht wunderbar, aber was will sie machen? Ich bin klar, ich bin klar. Ich bin klar. Bis zum nächsten Mal.